Der erste Song 2024 war Du, Du, Du. Es ist unglaublich, der ist auch sofort auf die 1 in den Radio Charts, unglaublich. Und es ist für mich der krasseste Ohrwurm auf diesem Album. Und ich sage nur, so eine Sekunde, zwei Sekunden gehört und den ganzen Tag verfolgt er dich. Und ich dachte, ach, so eine coole, lässige Version, so mit Gitarre und so ein bisschen diese Stimmung von Akustik, hätte ich ganz gerne von diesem Song. Und das ist dabei rausgekommen, bei der Alles in Balance Leise Version gibt es jetzt diesen Song in Akustik. Und ich bin sehr neugierig und ich möchte unbedingt wissen, wie euch dieser Song flasht. Ich feiere ihn total und muss natürlich wissen, soll ich ihn live vielleicht den mit so auf Tour nehmen oder in der vollen Version. Also brauche ich eure Kommentare und jetzt viel Spaß mit der Akustik Version Du, Du, Du.